Lothar Matthäus war neben aller technischen Brillanz immer der Ultrakämpfer, nie aufgebend und bei jeder Verletzung zurück. Wie schafft man das? Wie kommt man immer wieder zurück und ist dann noch besser als vorher? Ich musste mich eigentlich immer irgendwo gegen stärkere, größere, ältere, reifere beweisen und ich glaube, das ist mir dann auch zugute gekommen. Und ich konnte nicht verlieren. Ich konnte und wollte nicht verlieren. Und dafür, da habe ich geweint, da habe ich getreten, da habe ich geschimpft, da habe ich geflucht, da habe ich alles gemacht. Ich habe alles eingesetzt, um im Endeffekt den Platz oder das Spiel als Sieger zu verlassen. Und diese Eigenschaften, glaube ich, habe ich dann auch in Profifußball mitgenommen. Auf eine weiß-blaue Tasse mit Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Lothar Matthäus. Hallo wieder auf eine weiß-blaue Tasse. Heute bin ich bisher ein Fan, weil heute habe ich einen Gast da, der mich im doppelten Sinn, im dreifachen Sinn total bewegt. Also erstmal freut mich sehr, weil ich bin totaler Sport- und Fußballfan. Fußball ist neben Politik meine ganz große Leidenschaft. Da kann ich mir endlos was anschauen und anhören. Stundenlange Gespräche davor und danach und habe mich seit meiner Kindheit bewegt. Das Zweite natürlich, weil ich einen Franken da habe. Und auch jemand, den man noch immer anmerkt, dass er Franke ist, was ja gar nicht selbstverständlich ist. Die meisten legen ja unsere fränkische Heimat so ein bisschen ab. Und das Dritte natürlich, weil er einer der, ja vielleicht jedenfalls für mich, in meiner Kindheit, da war ich ein großer Fan von. Ich kannte zwar Franz Beckenbauer, vom Hörensagen, und diese Generation. Aber ich bin erst Ende der 70er so richtig eingestiegen in den Fußball. Und da war nicht klar, der totale Fan bin ich gewesen und bleibe ich bis heute von Lothar Matthäus. Herzlich willkommen. Ich habe das erste Mal von Ihnen gelesen, in der Nürnberger Zeitung, im Amateursportteil. Da hieß es, da gibt es einen aus Herzung Aurach. Der sei so super, der zerschießt da alles und der kann super spielen. Und ich hatte ja damals die große Hoffnung, Mensch, ich bin ja auch Club-Fam gewesen, war auch ein paar Jahre im Aufsichtsrat dann. Da habe ich gedacht, Mensch, das ist doch die Chance, der geht zum Club. Und dann plötzlich geht dieser junge Superstar, der er damals schon war im Amateurbereich, geht zu Gladbach. Aber erste Frage, warum meine ich nicht zum Club? Ja, weil vom Club eigentlich nie großes Interesse da war. Man wollte mich mal als 15-Jährigen holen, aber das war mir dann zu viel. Ich hatte ja auch eine Lehre als Traumausstatter angefangen. Also das heißt, morgens um sieben aufstehen, nachmittags um vier Uhr fertig und dann jeden Tag nach Nürnberg zu fahren, das war mir zu viel. Wir hatten ja auch eine hervorragende Nachwuchsarbeit in Herzung Aurach, vor allem auch dem gewidmet, dass wir mit Puma und Adidas zwei Weltfirmen in Herzung Aurach haben, immer noch damals schon gehabt haben, immer Gott sei Dank noch haben. Und ja, dadurch wurde in Herzung Aurach natürlich auch im Nachwuchsfußball gut investiert, durch die Unterstützung von diesen beiden Sportartikelhersteller und deswegen auch mit meinen Freunden weiterhin zusammen zu kicken. Das hat mich gereizt. Wir haben auch immer in der höchsten Liga gespielt und deswegen war zu dem damaligen Zeitpunkt, wie der Club, der Nürnberger Club, mal angefragt hat, war keine Chance. Und danach haben sie die Finger von mir gelassen. Das ist aber interessant. Wir hätten ja auch mal später noch zum Trainer, da können wir noch mal kommen. Dann ging es zu Gladbach und dann ging die Karriere los, oder? Gladbach war so der Aufstieg. Ja, München-Gladbach war mein Verein. Ich habe es gerade gesagt, in Herzung Aurach wirst du entweder mit Puma oder mit Adidas groß und ich hatte irgendwie doch dann das Glück, bei Puma groß zu werden. Meine Familie, Vater, Mutter, auch mein Bruder, die haben alle über oder circa 40 Jahre für Puma gearbeitet. Nur nebenbei, ich bin jetzt seit 45 Jahren Puma-Botschafter mit meinen 18. Lebensjahren. Nicht gewechselt wie der DFB zu Nike? Nein, nicht der fränkischen Heimat treu geblieben, würde ich sagen. Und dann war es natürlich klar, dass im Endeffekt auch ein Puma-Verein mein Verein ist, der Liebe in meiner Jugend. Und das war Borussia München-Gladbach, weil sie eben auch von Puma ausgestattet worden sind. Eine gute Mannschaft, eine sehr gute Mannschaft in den 70er Jahren. Fünfmal deutscher Meister geworden, zweimal Europa League gewonnen und viele Nationalspieler, viele große Spieler, die der deutsche Fußball hervorgebracht hat. Mit Günther Netzer, Jupp Heynckes, Berti Vogts, um jetzt noch einige zu nennen. Ein vergleichbarer Freistoß wie Lothar Matthäus und eine Schussstärke hatte nur Rainer Bonhoff. Genau richtig, den hatte ich jetzt kurz vergessen. Ich hätte ihn noch nachgefügt, weil Rainer ist ja jetzt der Präsident von Borussia München-Gladbach. Mit ihm habe ich einen sehr guten Kontakt. Und das war natürlich mein Verein. Und ich bin mit München-Gladbach groß geworden. Und deswegen war mein Wunsch auch, und den habe ich dann geäußert bei Puma, wie sie mich gefragt haben, Mensch, Herzogen Aurach, das ist dann irgendwann mal zu klein. Wo möchtest du denn hingehen oder wo würdest du gerne hingehen? Und dann habe ich gesagt, Hans Nowak war damals der PR-Chef, ein früherer Spieler von Bayern München auch. Hat auch bei Schalke und bei Offenbach gespielt. Da 15 Länderspiele, glaube ich, auch für die deutsche Nationalmannschaft. Und ich sage, Hans, du weißt, ich bin ein Riesenfan von Borussia München-Gladbach. Und das wäre natürlich mein Traum. Und so ist der Kontakt zu Borussia München-Gladbach hergestellt worden. Udo Lattec, Jupp Heynckes waren damals die Trainer, wie ich mein Probetraining gemacht habe. Und dann hat es Gott sei Dank geklappt. Und dann habe ich auch irgendwie sehr schnell bei Borussia München-Gladbach 1979, wie ich angefangen habe, eingeschlagen. Und ich kann mich noch erinnern, das ging ja dann mit der Nationalmannschaft auch mega schnell. Ich kann mich noch erinnern, gerade bei der Europameisterschaft 1980, die habe ich dann als erste so richtig wahrgenommen. Da kann ich mich noch erinnern, da kam dann Lothar Matthäus auch zum Einsatz ein paar Mal. Ich kann mich an irgendeinen Hammerschuss erinnern, der da gemacht wurde. Ich weiß nicht, in welchem Spiel. Es waren ja nicht so viele damals. Und da haben alle gesagt, oh, der hat ein Bums, wie man damals noch sagen traute. Und dann war nicht lange später so eine Art für Deutschland ganz große Geschichte. Früher gab es die Südamerika-Reisen, kann ich mich erinnern. Es war ja mal ein großes Ding, wenn der DFB mal Südamerika gemacht hat. Und da waren diese zwei Spiele gegen Argentinien und gegen Brasilien. Und da haben Siegspiel, einmal gegen Maradona und einmal gegen Zico. Das weiß ich noch. Also ich habe ein gutes Gedächtnis. Merke ich, merke ich. Und haben die beide echt zerlegt. Die Spiele gingen für die Nationalmannschaft ganz gut aus. Vor allem gesagt, der Matthäus, der steht denen auf dem Fuß und so. Also eigentlich so ein bisschen fast als Manndecker begonnen, oder? Ja, in Herzogenaurach habe ich Mittelstürmer gespielt. Ich war immer derjenige. Und das haben Sie ja gerade schon gesagt, dass ich da sehr viele Tore geschossen habe. Das stimmt. Das ist auch statistisch nachweisbar. Es waren immer so 50, 60 Prozent der gesamten Mannschaft. Und ja, dann München-Gladbach, kurz angesprochen gerade. Und Weltmeister, Europameisterschaft 80. Und dann kam diese Südamerika-Reise im März 1982. Die Spiele waren am 21. und 24. März. Ich habe ja auch ein gutes Gedächtnis, vor allem ein gutes Zahlengedächtnis. Das merke ich, ja. Und dann, was mich natürlich dann noch besonders betrifft, das werde ich jetzt gleich ein bisschen loswerden. Deswegen stimmen auch die Zahlen. Am 21. März spielen wir im Maracaner-Stadion vor 170.000 Zuschauern. Und ich glaube, das wissen Sie ja auch, weil Sie mir ja vor zwei, drei Jahren mal zum Geburtstag persönlich gratuliert haben über eine Videobotschaft. Das war der 21. März. Und da spiele ich mein erstes Spiel von Anfang an für die deutsche Nationalmannschaft in einem Stadion, gefüllt mit 170.000 Leuten. Und ich hatte die große Ehre, den weißen Pelé aus dem Spiel zu nehmen. Also sozusagen gegen ihn zu spielen als defensiver Mittelfeldspieler. Zico war das damals. Das war Zico. Ja, ganz genialer Spieler. Wir haben zwar das Spiel 1 zu 0 verloren durch ein spätes Tor von Junior in der 83. oder 84. Minute. Aber Zico hat man im ganzen Spiel, glaube ich, nicht gesehen oder so wenig gesehen wie selten zuvor. Weil ich habe ihn aus dem Spiel genommen. Das war meine Aufgabe. Und ich glaube, dass ich die hervorragend erfüllt habe, sodass mich der damalige Nationaltrainer Jupp Derwal drei Tage später wieder von Anfang an spielen hat lassen. Und das war dann in Buenos Aires gegen Diego Maradona. Das gegen Maradona, der war ja damals schon ein Superstar. Luther Matthäus damals noch ein ganz Superstar. Wie war das dann gegen den? Ja, wir haben natürlich den Superstar Maradona nicht so wahrgenommen, wie wir jetzt diese Superstars, die irgendwo in einer anderen Liga spielen, wahrnehmen können. Aufgrund der ganzen Social-Media-Kanäle, aufgrund der Fernsehkontakte. Er hat damals doch in Südamerika gespielt. Bei Boca Juniors, glaube ich. Boca Juniors, ja, ja. Und kurz danach ist er dann nach Barcelona gegangen, also nach Europa gekommen. Barcelona, Neapel, wir wissen ja die ganze Geschichte von Diego. Aber man wusste, dass da drüben einer ist, der so dieser Wunderknabe ist. Und so hat mich der Trainer dann auch so ein bisschen versucht zu motivieren. Der ist jünger noch wie Zicko, der ist noch schneller, der ist noch trickreicher. Spiel so wie drei Tage vorher gegen Zicko und dann erfüllst du die Aufgabe, die wir an dich stellen. Und es war ähnlich wie da so ein Spiel, Maradona nicht oder kaum zu sehen, nicht kann man nie machen, aber kaum zu sehen, vor allem nicht in Erscheinung getreten, auch keine gefährlichen Aktionen gehabt. Und da war natürlich dann mein Name durch diese zwei Spiele, nicht nur national, sondern auch in den internationalen Medien in großer Munde. Ja genau, da kann ich mich genau daran erinnern, war das eigentlich so mit den Alten damals, wir waren ja da so, der Kalzer und solche, die haben ja damals gespielt, ja, waren ja mit den Führenden, der Rubisch war ja da schon dabei, den ich deswegen immer so am Schirm hatte. Der Rubisch, Doni Schumacher, Paul Breitner. Die ganz, die ganz, die ganz, die ganz starken und die ganz großen, den Rubisch habe ich immer deswegen auf dem Schirm, weil der hat mal gegen den Klub einen Elfmeter verschossen, beim damaligen Aufstiegsduell, Rot-Weiß-Essen-Klub, da hat er einen Elfmeter verschossen, obwohl er vorhin in der zweiten Liga noch, glaube ich, 40 Tore geschossen hat. Und nur so ist der Klub aufgestiegen, damals war nämlich der Manni Müller dann im Tor noch beim Klub und dann später bei Bayern, also altes Fußballgedächtnis. Und dann ging ja so das Ganze los und dann wurden natürlich die anderen irgendwann auch, da haben wir gesagt, Mensch du, der Matthäus, der ist ja gar nicht so, nur noch bei Gladbach super, oder? Und dann kam doch irgendwann die Debatte, wie wird es mit den FC Bayern? Ich kann mich noch erinnern an diesen legendären DFB-Pokalfinale, wo sie den Elfmeter versäbelt haben, oder? Wie war das damals? Ja, da kann ich gar nichts hinzuzufügen, das ist richtig gewesen. Wir hatten, wie es die Geschichte so hergibt, das letzte Spiel mit Borussia Münden-Gladbach war das Pokal-Endspiel gegen meinen zukünftigen, Arbeitgeber Bayern München, nach 120 Minuten im Frankfurter Waldstadion steht es 1 zu 1. Also kam es zum Elfmeterschießen und ich hatte kein gutes Spiel, ich hatte auch kein gutes Gefühl. Aber Juppa Ingers hat so lange auf mich eingeredet, dass ich einen der fünf Elfmeter schießen soll. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn, dann schieße ich gleich den ersten, dann habe ich es hinter mir. Und ich bin ohne Überzeugung eben dann auch zur Ausführung gegangen und habe den Ball übers Tor geschossen. Jetzt haben wir das Spiel verloren, aber nicht durch diesen Elfmeter, weil Klaus Augenthaler für Bayern München auch einen Elfmeter verschossen hat. Und dann eben der sechste Elfmeterschütze, der siebte, war Michael Rummenigge für Bayern und Norbert Dringitz für München-Gladbach. Und Norbert Dringitz verschießt den Elfmeter und Michael Rummenigge verwandelt, nachdem Norbert Dringitz den Elfmeter verschossen hat, verwandelt er ihn und Bayern München, mein zukünftiger Arbeitgeber, wird deutscher Pokalsäger. Aber von diesen Elfmetern spricht keiner, sondern eigentlich nur von meinen, so das Gefühl war für mich, ich habe den einzigen Elfmeter verschossen, weil eben die Geschichte mehr hergegeben hat. Lothar Matthäus geht zu Bayern und verschießt in Anführungszeichen absichtlich den Elfmeter. Das war es natürlich klar. Gerade beim FC Bayern gibt es ja viele Verschwörungstheorien auch immer, warum man das macht. Es gibt wenig Elfmeter, an die man sich erinnert. Man erinnert sich an den Uli Hoeneß, damals in Belga, der Ball fliegt immer noch. Der war noch höher wie meine Überstour. Der fliegt, glaube ich, immer noch in der Umlaufbahn. Man erinnert sich an diesen Elfmeter, man erinnert sich, wo ich mich damals total geärgert habe, an diesen furchtbaren Elfmeter von Uli Stielicke, damals 82, dann wo er da eben diesen Ball... Gegen die Franzosen im Halbfinale. Ja, furchtbar. Aber da hast du schon gesehen. Ist das eigentlich so, dass man das... Und an den von Ihnen nicht Geschossenen bei der WM. Das war die beste Entscheidung, die ich in meiner ganzen Karriere... Ist das mit dem Gefühl, das wollte ich fragen. Aber weiß der Schütze, wenn er an... Also man hat manchmal das Gefühl, von außen betrachtet... Ich bin zum Beispiel jemand, der relativ gute Nerven hat. Ich würde mir da nicht in die Hose machen, ja. Muss man ja als großer Politiker, muss man ja auch große Nerven oder gute Nerven haben. Bei Mama ist man auch nur auf Auswärtsspielerik. Aber weiß man, wenn man anläuft, eigentlich schon ungefähr, ob man trifft oder nicht? Wie ist denn das so vom Spieler? Also bei mir war es wirklich so, dass ich diesen Elfmeter in Frankfurt nicht schießen wollte. Ich musste ihn schießen, weil der Trainer eben gesagt hat, ich brauche noch zwei Schützen, weil es haben nicht viele die Hände hochgehalten. Ich auch nicht. Und du bist unser Elfmeterschütze Nummer eins. Aber ich wusste halt auch, die 120 Minuten nicht gut gelaufen. Dann wusste ich natürlich auch, mein letztes Spiel gegen meinen neuen Arbeitgeber. Ich war irgendwie in dem Moment, weil ich eben auch nicht gut gespielt habe, auch nicht bereit dafür. Thema erledigt, 1984. 1984, wir gehen jetzt nach 1990, erste Halbzeit im WM-Endspiel. Man kann es nicht glauben, aber es war wirklich im WM-Endspiel ein komischer Moment für mich. So in der 35., 36. Minute habe ich gemerkt, dass mein Schuh unten in die Sohle gebrochen ist. Das würde ich jetzt mal so rüberbringen, dass man es auch so ein bisschen nachvollziehen kann. Eine Frau geht mit hochhackigen Schuhen zum Gala-Dinner. Und auf einmal bricht der Absatz in mich, dieser Stöckel von 8, 10, 12, vielleicht teilweise auch 15 Zentimeter. Wie kann diese Frau noch normal und gerade laufen? Das geht nicht. Und so war es mit meinem Fußballschuh eigentlich. Habst du keine Ersatzschuhe? Ja, da komme ich jetzt noch drauf. Dann habe ich noch gedacht, jetzt bis zur Halbzeit irgendwie stehst du da noch rum und schleppst du so mit, diese lose Sohle da unten. Und dann kam der Halbzeitpfiff und sagt dann zum Ausstatter, der Ausstatter war ja die Firma Adidas, ich sage zu Manfred Drexler, ehemaliger Spieler vom Nürnberger Klub, kennen Sie. Wenig, Darmstadt, Klub und so weiter. Wenig Jahre am Kopf. Schalke im Vierer auch gespielt. Ja, genau, Schnauzer. Und er war der... Ganz harter Verteidiger hat er gespielt. Ja, ja, er hat keine Angst gehabt, nicht vor sich und nicht vor den Gegnern. Und dann sage ich, Mann, ich brauche neue Schuhe, die Sohle ist kaputt. Und du hattest damals nicht ein zweites, ein drittes, ein viertes Paar Schuhe dabei oder einen gelben, roten, grünen oder einen blauen, wie das ja heute so gangum gäbe ist. Und ich sage, Manni, gib mir bitte ein neues Paar Schuhe, ich kann mit denen nicht weiterspielen. Dann sagt er, ja, dieses Modell, das ist ja ein altes Modell von 1982, das haben wir nicht dabei. Und dann ist er in seinen Karton gegangen, der hinten in der Kabine gestanden war, sagt er, ja, ich habe jetzt welche gefunden von diesem neuen Modell 1990, aber nicht in deiner Größe sieben, sondern siebeneinhalb. Er hat gesagt, ja, gib mir den Schuh, ich muss ja weiterspielen, ja. Und spiele dann halt mit diesem neuen Schuh weiter. Und dann kam das zu dem Elfmeterpfiff. Und natürlich war mir klar, mit neuen Schuhen, die sind nicht einmal richtig eingelaufen, die sind vielleicht zwei, drei Millimeter auch zu lang. Es ist ein neuer Schuh, nicht nur optisch, sondern auch vom Schnitt her ganz anders. Ja, meiner war ja angepasst. Und dann habe ich zum Andi Brehmer gesagt, Andi, schieß du, ich schieße den nicht, schieß du. Ich habe meine Schuhe gewechselt in der Halbzeitpause. Und so war das gar keine Diskussion zwischen Andreas und mir, sondern Andi hat dann den Elfmeter verwandelt. Und deswegen sage ich, ja, das war für mich die wichtigste und beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Weil ein anderer wäre vielleicht egoistisch gewesen und sagt, das lasse ich mir nicht nehmen. Was ich ja auch verstehen würde, aber aufgrund der Vorgeschichte mit München-Gladbach 1984, die hatte ich zu diesem Moment im Kopf und habe gesagt, nein, den Fehler mache ich nicht in zweites Wahl. Also das ist dann viel erklärbar. Wir haben es nämlich oft immer alle immer gerätselt, warum nicht mal der Lula Matthäus hat den besten Schuss. Aber gehen wir nochmal zurück zu der WM. Und Beckenbauer kommen wir dann noch gleich. Andi Brehmer leider auch verstorben. Sehr, sehr schade, muss ich sagen. Dann kam der Wechsel zu Bayern. Warum zu Bayern? War es damals so, weil die A, das meiste Geld bezahlt haben, so hat man damals immer das Gefühl gehabt, oh, die meiste Kohle. Zweitens, ich meine, die haben ja Adidas, glaube ich, gehabt. Die waren ja jetzt in Puma gewechselt. Oder hat es der Uli Hoeneß geworben? Oder was war los? Ich meine, dass der FC Bayern mehr Perspektive als Gladbach. Aber jetzt sind wir so, damals war der Wechsel von Gladbach zu Bayern nicht ganz so wie Dortmund-Bayern. Aber das war der Klassiker, war damals Bayern-Gladbach. HSV kam dann ein bisschen, aber eigentlich war das schon emotional. So als Ur-Gladbach hätte man das schon als Mini-Verrat werden können, oder? Ja, deswegen bin ich ja auch in München-Gladbach dann beim ersten Auswärtsspiel mit Bayern München als Judas empfangen worden, weil sie ja auch gedacht haben, ich habe das meiste Geld bekommen und habe auch deswegen den Elfmeter verschossen im Pokal. Das sind dann schon die Geschichten, die dann... Da sind die Fans irgendwie wenig sentimental. Da kannst du fünf Jahre den meisten Spaß miteinander gehabt haben, da kannst du gemeinsam gefeiert haben, aber dann den Fehlschuss haben sie mir nicht verziehen und vor allem nicht, dass ich zu Bayern München gegangen bin. Aber das mit dem meisten Geld stimmt nicht. Ich hätte zum Schluss in München-Gladbach ein höheres Angebot gehabt, wie bei Bayern München. Ich weiß, das war eine halbe Million brutto D-Mark, jährlich, kann ich auch sagen, 474.000 D-Mark waren es genau. Das Angebot von Bayern bei Gladbach wäre es über eine halbe Million gewesen zum Schluss. Am Anfang haben sie ein bisschen niedriger angefangen, aber um das ging es mir gar nicht. Ich bin auch damals in Gladbach fünf Jahre geblieben und hätte andere Angebote gehabt, wenn es dann ums Wirtschaftliche gegangen wäre, hätte ich ja früher schon wächst müssen. Bayern München hat sich im Endeffekt ein halbes Jahr vorher bei mir vorgestellt, also im Namen von Uli Hoeneß, aber Udo Latteck war der Trainer und Udo kannte mich natürlich von meinem Probetraining in München-Gladbach. Da war er ja noch Cheftrainer und er wollte mich unbedingt haben. Und Bayern München hat das Angebot von Karl-Heinz Rummiger aus Mailand gehabt, zwölf Millionen D-Mark Ablöse, dass sie mal irgendwann mal auch schwarze Zahlen schreiben und nicht bei den roten Zahlen, wo sie ja jahrelang mit tun haben. Wie ist denn Karl-Heinz Rummiger? Wenn man ehrlich ist, haben sie damals verkaufen müssen. Genau, und haben versucht mit einigen anderen Spielern, wer war dabei, Ludwig Kögl von 1860, Norbert Eder vom FC Nürnberg. Ja, der Klub ist immer ausverkauft worden. Dann der Roland Wohlfahrt von MSV Duisburg, der war da Torschütze. Einer der am wenigsten und am meisten unterschätzten, am wenigsten irgendwie genannten oder unterschätztesten Torjäger, was der Tore geschossen hat, immer und immer zuverlässig. Richtig, und dann waren auch Holger Wilmer aus Köln. Wir hatten fünf Neuzugänge und sind ja dann auch dreimal Meister geworden. Das war eigentlich der Grund. Ich wusste, ich musste den nächsten Stepp machen. Wenn ich bei Bayern München bin, habe ich eine andere Lobby in der Nationalmannschaft. Weil in Mündengladbach war ich immer der Einzige von Mündengladbach, der zur Nationalmannschaft gereist ist. Und du hast schon gemerkt, dass da Leute, die dann so ein bisschen schon reifer waren, schon ein bisschen beim Trainer den Einfluss gehabt haben, hey, was willst du mit dem Mündengladbacher? Nimm lieber unseren Kollegen aus Köln oder aus Hamburg oder aus München dazu. Diese Blockbildungen in der Nationalmannschaft speziell waren, auch wenn man ehrlich ist, immer erfolgreich. Ja, genau. In der Regel sind wir nie Weltmeister geworden mit elf verschiedenen Vereinen, sondern eigentlich immer, entweder war es der FC Bayern meistens eigentlich, und einmal eben Kaiserslautern damals. Ja, aber das ist dann vor unserer Zeit gewesen, 1954. Ich glaube, da waren auch sechs Spieler im WM-Endspiel, ähnlich wie Bayern München Spieler 1974. Und das war der erste Grund, Punkt eins. Und der zweite Grund war natürlich, ich will Titel gewinnen. Ich hatte Mündengladbach, war knapp dran, Pokalendspiel, UEFA-Pokalendspiel, vier Jahre vorher gegen Eintracht Frankfurt, auch knapp verloren, auch in der 84. Minute. Auch in Frankfurt übrigens, wo das DFB-Pokalspiel gegen Gladbach standen war. Hürzenbein, Grabowski, Norbert Nachtwey, der dann später bei Bayern München mit mir zusammengespielt hat, Bernd Nickel. Der hat einen sehr, sehr harten Schuss gehabt. Ja, ja, da waren schon einige Güte dabei. Bruno Betzeit, der Österreicher, der leider auch schon verstorben ist. Aber wie gesagt, und das waren die zwei Hauptgründe, Standing in der Nationalmannschaft und Titelgewinn. Und deswegen war dieser Wechsel auch von einem Puma-Verein zu einem Adidas-Verein der richtige Wechsel, sportlich auf jeden Fall. Und jetzt kommt ja die Pointe oben drauf. Damals haben ja die Vereine noch vorgegeben, mit welchem Schuh du spielen musst. Du musstest nämlich mit dem Schuh des Ausrüsters spielen. Es hat sich ja in Mündengladbach gar keine Frage gestellt. Mündengladbacher Ausrüster war Puma. Ich bin bei Puma groß geworden. Meine Eltern haben alle bei Puma gearbeitet. Das heißt, was auf dem Tisch gestanden ist, ist eigentlich von Puma bezahlt worden, weil das war die Einnahmequelle meiner Eltern. Jetzt bin ich zum Uli hingegangen und deswegen ging es gar nicht ums Geld. Ich habe zu Uli gesagt, nur Uli, wir haben nur ein Problem. Der Vertrag, das Angebot ist in Ordnung. Aber das Einzige, was du akzeptieren musst, ist, dass ich mit Puma bei euch beim Adidas-Verein spiele. Und deswegen war ich dann der erste Spieler in der Bundesliga 1984, der mit seinem eigenen Ausrüster bei einem Verein gespielt hat, der von einem anderen Ausrüster ausgestattet worden ist. Interessant, das wusste ich auch nicht. Und das war die Zeit, wo Uli Hönes, dieses Menschliche, war ja damals offenkundig eine große Stärke, die die Leute zu holen, zu stärken. Ja, der Uli hat ja sich Hoffnung gemacht. Uli sagt dann zu mir, er sagt, hör zu, wenn ich das aber hinbekomme zwischen den beiden Firmen, dass du mit Adidas hier spielst, dann würdest du auch mit Adidas spielen. Habe ich ihm kurz überlegt und habe mir gedacht, wenn du das hinbekommst, dann bist du ein Ganzkurser, dann bist du ein Zauberer eigentlich. Also sage ich, ja Uli, ich würde da mit Adidas spielen, wenn du das hinbekommst. Mir war von Anfang an klar, dass er da keine Chance hat. Sehr schön. Die sind ja auch sehr eng beieinander, Puma und Adidas. Jeder liegt auf seinen Bereich. Dann viele Jahre beim FC Bayern, total erfolgreich. Und dann hatte ich immer so das Gefühl gehabt, da haben mir alle so Sorge gehabt, der Lothar Matthäus, der hat ja echt ein paar fetzen Verletzungen gehabt. Und zwar Verletzungen, wo ja manche nie wieder zurückkommen. Also wirklich nie wieder zurückkommen. Und sie sind immer wieder zurückkommen. Und zwar von Sachen, ich will jetzt sagen, das Bein war weg und sie sind mit dem Bein humpelnd. Aber sie sind immer und immer wieder gekommen. Und manchmal stärker und besser als zuvor. Ich muss ja wissen, wie ist der FC Bayern vor? Diese Ära Rummenig, Breitnicke hat ja geändert. Das war sowieso alles nicht klar. Breitner und Rummenigke, die waren dann weg. Dann waren sie, glaube ich, schon die dominante und prägende Kraft bei der FC Bayern. Und zwar, wenn ich sagen darf, nicht nur spielerisch, sondern auch, ja, Oliver Kahn hat gesagt, wir brauchen Leute mit Eiern. Ich meine, da hatten sie immer, die hatten sie immer kämpferisch, immer angeführt. Vor allem, wenn es schon fast alles verloren ist, ja. Nochmal kämpfen, nochmal einbringen. Das hat mich übrigens immer so fasziniert. Also nicht nur das Spielerische, nicht nur das Taktische, nicht nur der Schuss, sondern dieses Kämpfen. Im deutschen Fußball, das kann man jetzt sehen, wie man will. Ich habe mir das bei der WM 14 gedacht. Das Tor von Mario Götz ist normalerweise in jeder anderen Nation das Legendenhafteste überhaupt. Aber die Deutschen fanden den Schweinsteiger bisher, der dann sozusagen mit Bluten im Auge den Kämpfer gibt. Der Lothar Matthäus war neben aller technischen Brillanz immer der Ultrakämpfer, nie aufgebend und bei jeder Verletzung zurück. Wie schafft man das? Wie kommt man immer wieder zurück und ist dann noch besser als vorher? Kommen wir wieder zu den Wurzeln. Ich bin in ganz normalen Verhältnissen aufgewachsen. Meine Eltern hatten wenig Zeit für mich, weil sie gearbeitet haben von morgens bis abends. Ich hatte einen älteren Bruder und da musste ich mich halt immer durchsetzen. Und mit meinem Bruder habe ich eigentlich so viel Fußball gespielt gegeneinander, eins gegen eins, natürlich auch mit den Kumpels aus Herzogenaurach. Aber es waren alles Kumpels von meinem Bruder. Und mein Bruder war vier Jahre oder ist vier Jahre älter. Das heißt, ich musste mich schon in dem Alter durchsetzen, beweisen und wollte ja auch besser sein wie die. Ich wollte ja nicht nur mithalten, ich wollte ja besser sein. Und ich glaube, das hat mir schon damals geholfen. Ich habe auch als Zehnjähriger, wo man, wenn man sich auskennt im Nachwuchsfußball, das ist die D-Jugend eigentlich, die junge D-Jugend. Ich bin ja hier Trainer in Grünwald, in München auch von meinem Sohn, der ist jetzt auch zehn. Der dürfte eigentlich noch E-Jugend spielen. Also ich habe mit zehn Jahren gegen die 14-Jährigen gespielt. Ich habe mich weiterentwickelt natürlich. Gerade in dem Alter, ganz sicherlich. In dem Alter extrem, ja. Da sind schon einige dabei mit 14, die ihnen in die Augen schauen können. Das sind so brocken dabei, ja klar. Und dann mit 14 bin ich dann rausgekommen und ich bin ja bis heute nicht von der Körpergröße sehr groß geraten. Da komme ich ein bisschen meiner Mutter nach, die war 1,58. Und dann bin ich mit 14 aus der C-Jugend rausgekommen und habe dann gleich in der A-Jugend gespielt. Bis zu 18-Jährigen, also von 14 bis 18. Auch da wieder, ja, sagen wir mal, in dem Alter wieder so eine große Veränderung. Da macht man schon einiges mit. Und als 17-Jähriger habe ich dann schon in der Seniorenmannschaft gespielt. Das heißt, ich musste mich eigentlich immer irgendwo gegen stärkere, größere, ältere, reifere beweisen. Und ich glaube, das ist mir dann auch zugute gekommen. Und ich konnte nicht verlieren. Ich konnte und wollte nicht verlieren. Und dafür, da habe ich geweint, da habe ich getreten, da habe ich geschimpft, da habe ich geflucht, da habe ich alles gemacht. Ich habe alles eingesetzt, um im Endeffekt den Platz oder das Spiel als Sieger zu verlassen. Und diese Eigenschaften, glaube ich, habe ich dann auch in Profifußball mitgenommen. Ja, also das hat jedenfalls alles sehr, sehr beeindruckt. Auch mich immer ganz persönlich, weil ich finde, so dieses Hineinsegeln in einen Erfolg, so den Einmalerfolg zu haben, ist auch unbestritten großartig. Aber immer wieder Erfolg zu haben und immer wieder nach schweren, auch mal Rückschlägen Erfolg zu haben, das hat mich eigentlich im Leben, hat mich bei vielen Menschen immer beeindruckt. Und im Fußball da gerade, gerade bei Ihnen. Und da kam dann ja auch beim FC Bayern dann die Nähe zu Franz Beckenbauer dann her. Oder kann man das sagen, kam das über den Verein dann her und dann in die Nationalmannschaft oder anders? Umgekehrt, umgekehrt, weil Franz war ja bis 1984, wo er dann Teamchef geworden ist, war er ja eigentlich nicht groß beim FC Bayern. Und wenn er groß war, war ja ich noch nicht da. Ich war ja noch bis 1984 in München-Gladbach. Das kam über die Nationalmannschaft und dann kam es eben so weit, wie ich nach München gekommen bin, bin ich dann auch immer ab und zu zum Skifahren nach Kitzbühel gefahren. Und der Franz hatte ja in Kitzbühel gewohnt und da hatten wir auf einmal einen ähnlichen Bekanntenkreis. Und so waren wir abends, ich als Nationalspieler, Bayern Münchspieler, Nationalspieler und er als Teamchef, waren wir dann irgendwie gemeinsam am Abendessen zusammen. Da war teilweise der Obe Seeler dabei, Max Lorenz war dabei. Es war so ein bisschen die Schneeforscher, hat sich so eine Gruppe von Franz Beckenbauer, die da in den Bergen häufiger zum Skifahren gegangen sind, hat sich da gegründet. Und ich bin da irgendwo mit aufgenommen worden, als vom Alter her gar nicht dazu gepasst, würde ich sagen. Aber ich war dabei und so hat sich dann auch eben nicht nur das Berufliche, sondern auch das private Verhältnis von mir und Franz Beckenbauer entwickelt. Es ist immer weitergegangen, dann eben durch die Nationalmannschaft, durch die Länderspiele. Der hat mir vertraut, der hat mich zum Kapitän gemacht, 1987 war übrigens ein Spiel gegen Israel in Israel, wo ich das erste Mal die Kapitänsbinder der deutschen Nationalmannschaft tragen durfte. Dann drei Jahre später, das wissen wir alle, die Weltmeisterschaft. Und danach ist es eigentlich nicht auseinandergegangen, sondern es ist immer enger geworden. Und deswegen hat mich alles das, was mit Franz passiert ist, auch vor seinem Tod, schon sehr stark berührt und mitgenommen. Weil ich weiß, wie Franz ist, wie Franz war. Und Franz, bevor er einen Euro nimmt, gibt er lieber zwei Euro oder am besten gleich zehn. Er war immer sehr großzügig. Er hat nur alles gemacht für das, was dem Fußball gut getan hat, nämlich auch eine Weltmeisterschaft nach Deutschland geholt. Mit Dingen, die vielleicht jetzt nicht hundertprozentig gelaufen sind. Aber ich würde heute noch die Hand dafür ins Feuer legen, dass Franz von diesen Sachen im Endeffekt gar nichts wusste, sondern er hat Menschen vertraut. Und da ist vielleicht nicht alles geradlinig gelaufen. Ich weiß es nicht, das ist auch nichts rausgekommen, aber das ist jetzt auch nicht mehr wichtig. Das hat mir weh getan. Und auch dann, wie man ihn dann so ein bisschen altern hat sehen, das hat mich sehr traurig gestimmt. Und erstens mal, wie man mit den Menschen umgegangen ist und dann eben auch die Reaktion an ihm selbst. Er war dann nicht mehr der, den ich so kannte, aber ich war bis zur letzten Minute informiert. Ich hatte bis zur letzten Minute wirklich einen ganz engen Draht zu ihm und zur Familie. Also ich war ja bei der Beerdigung auch dabei, durfte auch ein paar Sätze da sprechen, was für mich eine große Ehre war. Und ich habe das genauso empfunden, also auch die Zeit danach, wie unfair und ungerecht. Aber so ist unsere Medienwelt manchmal auch ein bisschen, dass du tausend gute Sachen machen kannst. Aber eine, die skeptisch ist, die wird dann hochgezogen. Und irgendjemand hat mal gesagt zu dem Thema FIFA und WM, naja, wer geglaubt hat, dass das ein Knabenchor ist, also die FIFA und geglaubt hat. Da kommt man sozusagen nur mit den ehrbarsten Absichten weiter und muss sie nicht durchsetzen. Der ist von vornherein naiv gewesen. Und wir haben eine WM bekommen, ja, dass wir manchmal auch nichts sich zu Schulden kommen lassen. Und deswegen, da muss ich sagen, das ist der Allergrößte aller Zeiten vom Fußball, das ist einfach so. Und was mich eben auch da immer beeindruckt bei Beckenbau ist, dass diese, also Leute mit Super-Egos, jetzt sage ich mal, Netzer und Ulle Hoeneß sind jetzt schon Leute mit einem Super-Ego. Und ich würde jetzt auch sagen, oh, Lothar Matthäus hat schon auch ein kleines Ego so. Aber alle von euch, also jeder von euch, jeder für sich genommen, Fußballgott, hört sehr wenig übertrieben hat, aber so Mega-Hero hat den Beckenbauer immer als den Größten sozusagen akzeptiert. Ja, absolut. Und wenn der gesagt hat, jetzt gehen wir mal links rum, dann gehen wir links rum. Und wenn er gesagt hat, jetzt wechseln wir nochmal, dann gehen wir woanders hin. Das Schöne war, dass er zu mir dann gesagt hat, geh dahin, wo du meinst, dass es richtig ist. Weil ich bin ab und zu, wie er dann Trainer bei Bayern München war, bin ich raus zur Bank und sage, Franz, die spielen anders, wie wir angenommen haben, was soll man denn machen? Sagt er, was fragst du mich? Du spielst doch. Das war der Franz. Im Vergleich zu den heutigen System-Trainern, die es so gibt, kaum mehr vorstellbar, oder? Nee, absolut nicht. Der war ganz anders. Okay, war eine andere Zeit, Fußball zu spielen, aber es stimmt schon, Sie gerade gesagt haben, alle haben es aufgeschaut zum Franz und alle waren betroffen, wie Franz von uns gegangen ist. Und das hat er auch verdient. Er war ja nicht nur auf dem Platz oder auf der Bank, er war ja auch nach außen, denn immer dieser Gentleman, er hat sich die Zeit genommen für die Fans. Ich weiß noch, wie er seine Autogramme geschrieben hat. Du konntest jedes Autogramm von ihm ganz klar lesen. Er hat es nicht in den Druckbuchstaben geschrieben, aber er hat es fein säuberlich geschrieben. Und da könnten Sie, Herr Söter, oder ich irgendwo warten auf ihn. Er hat sich für einen Fan einfach die Zeit genommen, weil er wusste, wo er herkommt. Und er wusste, wie wichtig die Fans für den Fußball sind. Und was er dann eben auch für Deutschland gemacht hat mit dieser Weltmeisterschaft 2-6. Und da war er ja nicht Trainer, da war er Organisator. Und ich glaube, das war die Vollendung seines Lebenswerks. Die WM 90, Ihr persönlicher sportlicher Höhepunkt im Leben, kann man das sagen? Ja, absolut. Was übrigens für ein geiler Antritt gegen die Jugoslawien damals. Es ist ja komischerweise bei einer Weltmeisterschaft, es gibt immer wieder mal so, dass man eine WM auch schlecht beginnt und dann irgendwie weiterkommt. Aber ich finde, zumindest bei den deutschen Mannschaften ist es so, das erste Spiel sagt wahnsinnig viel. Aber wir hoffen zwar mal anders, aber meistens, wenn das erste gut war, dann wird die WM ganz gut. Und da war Jugoslawien, das dritte ist dann meistens schlecht. Aber das erste, das war ja Wahnsinn. Das war eben auch stimmungsmäßig, nicht nur ergebnismäßig, sondern stimmungsmäßig. Und die WM, der folgt natürlich alles in Ordnung. Das ist das Resultat, was unterm Strich steht. Aber ich glaube, dass ich und ich habe ja fünf Weltmeisterschaften gespielt, diese Weltmeisterschaft mit Abstand auch die beste Kameradschaft untereinander war. Die Spieler haben den Trainer respektiert, akzeptiert, die haben die Entscheidung akzeptiert. Es sind keine großen negativen Schlagzeilen entstanden aus der Mannschaft heraus, weil wir einen großen Respekt untereinander gehabt haben. Eine klare Hierarchie, aber ein gutes Miteinander. Und auch Spieler, die sich vielleicht unberechtigt auf der Bank gesehen haben, die haben dann nicht ihren Haus- und Hofjournalisten angerufen und gesagt, Mensch, ich bin traurig, ich bin enttäuscht. Natürlich muss er traurig sein, natürlich muss er enttäuscht sein. Aber es haben sich alle fair zueinander verhalten. Und diese sechs Wochen, und das ist eine lange Zeit, sechs Wochen mit 25, 30 nur Männern aufeinander zu sitzen. Und da hat ja jeder sein Ego, über das wir gerade schon mal ganz kurz gesprochen haben. Nee, es war einfach ein Sieg des Miteinanders. Ich will jetzt nicht sagen von elf Freunden, da müsste ich sagen, wir waren 22 Freunde, weil fünf, sechs Spieler haben ja gar nicht gespielt. Aber sie haben ihren Teil dazu beigetragen, aufgrund ihres Verhaltens. Dass wir diesen Titel erreichen. Ey Freunde, kann man jetzt sagen, Sie und Jürgen Klinsmann waren ja immer so mal verschiedene Charaktere. Aber nicht auf dem Platz. Nein, nein, deswegen wollte ich das auch sagen. Das fand ich auch immer das Überragende, dass man, also gerade bei dieser Weltmeisterschaft war das ja richtig spürbar. Bei anderen merkt man dann ja, wenn es dann nicht so harmoniert, dann spürt man das ja nach draußen. Also die 94er, die war ja, die war ja, jetzt sagen wir mal, ich habe in Erinnerung, dass der Beckenbauer gesagt hat, jetzt werden wir nach den Jahren unschlagbar sein. Und es ist immer so, wenn wir Weltmeister werden, danach geht es erst einmal ziemlich den Bach runter. Warum das so genau ist, das ist vielleicht eine Mentalitätsgeschichte auch. Und die anderen schauen sich dann was ab von dem aktuellen Weltmeister vielleicht und machen das danach. Das war ja die Wiedervereinigung. Der Franz hatte im Endeffekt ja den Kader gesehen, mit dem er Weltmeister geworden ist und hat gesagt, hey, da sind ja eigentlich noch keine Alten dabei. Ja, 96 hat es ja da gewirkt. Wenn ich an Sammer denke zum Beispiel, der hat ja so ein bisschen, wenn ich den Matthias Sammer nehme, der hat ja so ein bisschen was Fußballverrücktes von Ihnen. Ja, absolut, ja, vom Typus her, der kann auch nicht verlieren und kämpft auch und so und selbst der auch, wenn er sozusagen die Hälfte vom Körper runterhängt, läuft er trotzdem weiter. Genau, richtig, aber das hat halt der Franz ein bisschen leichtsinnig, nachdem er vorher gesagt, jetzt kommen auch noch die Spieler aus der ehemaligen DDR dazu. Also mit dem Kader bist du eigentlich unschlagbar für die nächsten Jahre und das war natürlich ein hoher Druck dann auf seinen Nachfolger, auf Berti Vogts und das hat in Amerika 1994 gar nicht geklappt. Das ist glaube ich ganz schön in die Hose gegangen. Was war das? Ist der Berti Vogts eigentlich unfair behandelt worden so im Nachhinein? Mein Europameister, das war ja dann 96 alles. Ja, er hat es dann gezeigt. Er hat seine Fähigkeiten, andere Fähigkeiten, wie zum Beispiel sein Vorgänger Franz Beckenbauer, aber er hat eine gute Ausbildung als Trainer gemacht. Er war selber Trainerausbilder beim DFB, hat als Spieler viel Erfolg gehabt, aber war natürlich nicht der Weltmann wie Franz Beckenbauer. Er war ein bisschen schnell beleidigt, das hat er dann auch gezeigt, war nicht so kommunikativ, nicht zur Rede gewandt, aber sportlich hat er natürlich seine Fähigkeiten gehabt und die hat er natürlich dann eingeführt 1996 bei diesem Gewinn der Europameisterschaft. Die waren dann auch in Italien und dann wieder zum FC Bayern zurück. Warum dann wieder zurück? War das dann nicht der Rückschritt? Weil wenn man so in Italien ist, weil Italien ist ja schon eine feine Geschichte, das Leben ist schön und so und dann geht man plötzlich wieder zurück zum FC Bayern. Ist das dann nicht ein vermeintlicher Rückschritt oder so? Ja, Bayern München ist ja nach wie vor ein ganz großer Verein, ein Rückschritt, vielleicht was die Liga betrifft, weil die italienische Liga war ja zu diesem Zeitpunkt, wie ich auch in Italien gespielt habe. Und auch mit dieser Regel, dass sie Ausländer holen dürfen, haben sie erst den Schwung dann gemacht, ja? Genau, richtig. Die Ausländer haben natürlich dort dann, sagen wir mal so, den Unterschied gemacht im internationalen Vergleich und es durften drei Ausländer in jedem Verein spielen. Bei Inter Mailand waren es ja die drei Deutschen, Breme, Klinsmann, Matthäus. Bei AC Mailand war es Reikard, Gullit und Van Basten, drei Holländer. In Neabel haben ja die Südamerikaner gespielt, Alemao, Carreca und natürlich Diego Maradona. Und die anderen, ich glaube, der Hans-Peter Brickel war bei Hellas Verona und der Rudi Völler natürlich bei Rom. Genau, mit denen hatten wir ein Europa-League-Endspiel, also damals UEFA-Pokal-Endspiel Inter Mailand gegen AC Rom. Die drei Deutschen von Inter Mailand gegen zwei Deutschen, die beim AC Rom gespielt haben. Thomas Berthold hat nämlich da auch noch bei Rom gespielt. Also das war eigentlich so schon... Das war eine sehr starke Phase. Die Klub-Weltmeisterschaft, würde ich sagen, was jetzt so ein bisschen England ist, war damals auf jeden Fall Italien. Die haben auch die meisten internationalen Titel geholt. Landesmeister-Cup, UEFA-Cup etc. Gerade der AC Mailand-Bären stark natürlich mit Sacchi als Trainer, Baresi, Ancelotti als Mittelfeldstrategie. Und dieser Seite her, muss ich sagen, war das natürlich was Besonderes in Italien zu spielen. Und was man noch dazu sagen muss, in Italien waren damals die Stadien alle ausverkauft, wie wir es jetzt in Deutschland haben. Das war vor 30 Jahren, 35 Jahren nicht der Fall. Im Olympiastadion habe ich ab und zu gespielt, im Oktober, November bei kälteren Bedingungen bei 12.000, 13.000 Zuschauern. Also das hat dann wenig Spaß gemacht. Es gibt viel solche Spiele, übrigens kann man auf YouTube, gibt es überraschenderweise viel solche alten Schmidtschnee, da sieht man das dann, wenn nur das Schnee ist, da waren nur die Rasenheizungen noch nicht da. Die roten Bälle, ja die roten Bälle, die Handschuhe, die Strumpfhosen, es war arschkalt. Und keiner ist ins Stadion gegangen. Ja genau so ist es, ja. Ja und das war halt dann Italien, ja wirtschaftlich, finanziell ist da auch dann an die Spieler mehr bezahlt worden, das muss man auch dazu sagen, das war dann schon auch eine wirtschaftliche Entscheidung. Und auch ein schönes Lebensgefühl. Super und vor allem der Italiener, der war dir nicht neidisch, da konntest du ja auch einen großen Mercedes fahren. Da haben sie dich gefreut, dass du gefahren hast und nicht der von AC Mailand. Also das war einfach Lebensqualität pur, eine angenehme Atmosphäre, auch das Wetter war ein bisschen besser, ich sage ein bisschen besser, weil Mailand liegt an dem südlichen Teil der Alpen und da sind dann die Wolken auch ab und zu gestanden. Wir regnen da schon ab und zu. Ja, 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 ja. In Turin übrigens auch so, das ist dann automatisch, da musst du dann schon gleich nach Spanien oder was gehen, wenn es da ganz oder ganz im Süden wohne. Das war eine tolle Zeit. Ich hatte die vier emotionalsten Jahre, würde ich sogar sagen, weil es eben von Montagmorgen bis Sonntagabend nur um Fußball gegangen ist. Du hattest auch da schon dieses Leben, was die großen Fußballstars jetzt hier in Europa haben. Du bist auf die Straße gegangen und du warst umringt von Fans und die haben dich nicht in Ruhe gelassen. Also es war halt der Preis, den du bezahlen musstest, aber das hast du gern gemacht, weil sie mit einer Freude auf dich zugegangen ist. Du hast gemerkt, denen geht es gut, wenn sie dich sehen. Sie wollten ein Autogramm von dir, sie wollten ein Foto von dir und das hat ihnen Spaß gemacht. Und ich glaube, alle, die in Italien gespielt haben, haben sich riesig wohlgefühlt und nehmen das auch ihr ganzes Leben mit, diese Erfahrung gemacht zu haben. Das hat mir Karl-Heinz Rummiger auch für sich selbst so erzählt. Und dann aber wieder zurück und dann sozusagen beim FC Bayern die letzte Phase. Kann man das so sagen? Ja, die letzte Phase, es waren dann acht Jahre. Für mancher Fußballer spielt gerade acht Jahre als Profi. Ich habe ja 21 Jahre Profifußball gespielt. Also insgesamt zwölf Jahre bei Bayern, fünf Jahre bei Mönchengladbach, vier Jahre bei Inter Mailand und sogar eigentlich noch ein 22. Jahr, weil ich meine Karriere ja dann in New York ausgelingen habe lassen. Also es war schon eine Riesenzeit. Acht Jahre nochmal bei Bayern, noch einige deutsche Meisterschaften, nochmal Deutschlands Fußball des Jahres, ist mit Bayern den UEFA-Pokal geholt, noch zwei Weltmeisterschaften gespielt als Spieler des FC Bayern. Und ja, das war schon der richtige Schritt, dass ich da wieder zurückgekommen bin. Natürlich auch in der Verbindung mit Franz Beckenbauer, der zweimal kurz als Trainer eingesprungen ist, aber als Vizepräsident, als Präsident und so weiter. Er war ja im Endeffekt das Gesicht, trotz seiner kurzen Aufgaben, die er bei Bayern Mönchengladbach hat, war er trotzdem das Gesicht aufgrund dessen, was er im Vorfeld geleistet hat. Der Uli Hoeneß war der Macher und er war so der Überpräsident, ja. Wie ist denn das? Also gigantische Karriere und so weiter, ja. Wenn man dann aufhört, wenn man so lang Profifußballer ist, ja, so am Anfang ist es ja wie alle Leute, die dann sozusagen in Rente gehen, sagen wir dann, jetzt mache ich mal das, was ich die lange Zeit noch nicht gemacht habe, in Anführungsstrichen. Aber das geht ja dann auch irgendwann. Wie ist das so beim Fußball? In anderen Jobs, Politik oder anderen, da ist in einem Lebensalter eher in der zweiten Lebenshälfte die Karrierewege. Das heißt, wenn du, sagen wir mal, das beendest, so ein Amt oder sowas, dann kommt es leichter mit der Vorstellung zurecht, du musst jetzt nichts mehr anderes machen. Aber in dem Alter, ich meine, du hast zwar Kohle ohne Ende, ich nehme mal an, du warst schon ganz gut verdient, ja, so, außer, sie haben ja, sie haben auch viel ausgegeben, aber so, aber das ist ganz normal im Fußball, ja. Ja, waren ja, glaube ich, wie oft jetzt verheiratet? Achso, wollte man gleich in die Folge gehen. Nein, 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 ich, ja. Das fand ich übrigens immer ein bisschen albern, wenn darüber geredet wird, weil das ist ja noch wirklich eine private Sache. Ich war fünfmal verheiratet und ich muss eins sagen, ich habe zu allen fünf Ex-Frauen ein sehr gutes Verhältnis, auch zum heutigen Tage noch und natürlich auch zu meinen Kindern. Und man trifft sich auch häufig, ob Familienfeiern anstehen und dann trifft man eben mal die Ex-Frau, die erste, die zweite, dritte, die vierte oder die fünfte. Das ist für mich kein Problem, das gehört zu meinem Leben dazu, ich stehe dazu, ja, ich war immer ein sehr offener Mensch und das eben dann auch in Beziehungen, wenn es dann nicht mehr funktioniert hat, hat man es immer irgendwie noch ein bisschen versucht und dann ist eben irgendwas nicht besser geworden. Und dann habe ich gesagt, bevor wir unglücklich zusammen eine Zukunft weiterleben, lass uns doch lieber friedlich trennen und da haben Sie schon recht, das sind auch einige Geldsummen vom einen Konto, nämlich von meinen, auf das meiner geschiedenen Frau geflossen. Das muss ich zugeben, aber ich sage Ihnen ganz ehrlich eins, ich habe es gern bezahlt, weil ich mit jeder meiner Ex-Frauen ein super Verhältnis auch am Anfang gehabt habe und irgendwann hat man eben mitbekommen müssen. Leider muss ich dazu sagen, dass es eben nicht so funktioniert hat, wie man es sich vielleicht von Anfang an gewünscht hat. Ja, und da finde ich auch, wir sind auch nicht mehr irgendwie im 1920 oder 1883 oder so, aber ich wollte einfach sagen, was macht man dann, wenn man dann quasi Fußballerinner wird? Also die Einfangen sofort mit dem Trainer, das kam dann später. Wie ist dieses Gefühl am Anfang? Es war nicht so viel später bei mir. Also erstmal hatte ich das Glück, 22 Jahre als Profi zu spielen. Ich habe sehr viele tolle Erlebnisse mitgemacht, sehr erfolgreiche. Ich war zweimal Weltfußballer, einmal war ich Weltfußballer, das weiß man vielleicht nicht, 1990. Das war noch nicht offiziell von der FIFA eine Wahl, die hat 1991 das erste Mal stattgefunden, sondern 1990 haben die Journalisten ihren Weltfußballer gewählt und da war ich an der Liste dann zum Schluss auch ganz oben gestanden. Ich war deutscher Meister, ich bin nur nicht Champions-League-Sieger geworden, sonst habe ich ja alles gewonnen. Mit 19 Jahren die Europameisterschaft, mit 29 die Weltmeisterschaft. Ja, Rekordnationalspieler bis zum heutigen Zeitpunkt, das sind dann auch nur so persönliche Erfolge, wo du natürlich stolz drauf sein kannst. Ja, auf jeden Fall, der Superplatz, Hall of Fame und nach Beckenbau ist jetzt meine Meinung eben in der gesamten Ära die klare Nummer 1. Ja, und dann... Und aber wie ist das dann so danach? Also wie geht man damit um? Also Dankbarkeit klar und man sagt, es ist auch mal Zeit irgendwann einmal und so, ist ja klar. Die Zeit, die habe ich, aber die Zeit hat mir nicht weh getan. Ich habe jetzt nicht so gespielt, dass ich sage, mir tun die Knochen weh. Ich bin nach Verletzungen, das haben Sie vorher auch gesagt, bin ich sehr häufig sehr schnell zurückgekommen. Ich habe einen Kreuzbandriss gehabt, ich habe zwei Achillessehnenrisse gehabt. Ich bin in Rekordzeiten zurückgekommen. Einen Kreuzbandriss habe ich nach vier Monaten und drei Wochen wieder ein Pflichtspiel gehabt. Also heutzutage sind Sie meistens bei sieben und acht Monaten wieder zurück. Ich weiß nicht warum, weshalb, wieso, hängt es mit mir zusammen, hängt es mit dem Arzt zusammen, hängt es mit dem Professor zusammen, hängt es mit meinem Heilfleisch zusammen, keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, Mensch, irgendwann langt es auch. Vielleicht hätte ich noch ein, zwei Jahre länger spielen können, aber es hat dann irgendwo gelangt vom Kopf her. Dann habe ich ein halbes Jahr Auszeit gehabt, das wurden neun Monate. Und natürlich wolltest du da bleiben, wo du dich eigentlich wohlfühlst, wo du dich wahrscheinlich auch am meisten auskennst, nämlich im Fußball. Und dann habe ich neun Monate nach meinem letzten Spiel für die Metro Stars New York mein erstes Spiel als Trainer bei Rapid Wien gehabt. Neun Monate Pause. Und warum hat es mit dem Trainer in Deutschland nicht so geklappt? Weil der Nürnberger Klub Fans gehabt hat, die mich nicht wollten, sonst wäre ich in Nürnberg irgendwann mal Trainer gewesen. Da habe ich nämlich mit dem Präsidenten damals so nachhalten. Der Rot war das, Michael Rot. Michael Rot, genau. Wir haben uns getroffen in seinem Büro. Ich habe den immer sehr geschätzt. Er war kein so schlechter, wie manche bei ganz so drüber geschrieben wird. Auch der Schmelzer war ein guter. Sehr gut, die haben für beide für einen Verein viel gemacht. Super, super, ja. Aber der Klub war halt schon immer, es heißt ja bei uns immer, der Klub ist ja Depp. Ich meine, wussten Sie, warum der Gerd Müller nicht beim Klub gelandet ist? Ja, wahrscheinlich so ähnliche Geschichte, warum der Franz Beckenbauer nicht bei 1860 gespielt hat. Ich war bei der Einwahl des Gerd-Müller-Denkmals in Nattlingen, da kommt er her, und einer seiner alten Trainer war da. Und der wollte zum Klub gehen, aber der Klub hat damals zwei Müllers schon gehabt, den Luki Müller und einen anderen. Und den Hanni Müller, den Mittelfeldspieler, 68 deutscher Meister geworden. Und haben gesagt, einen dritten Müller brauchen wir nicht, muss sich mal vorstellen. Also ich meine, das ist für den FC Bayern super. Das sind so Momente, wo man alles in sich zusammenbricht. Also eigentlich würde es den FC Bayern nicht geben, wenn 60 und Nürnberg nicht so dumm gewesen wären. In der Form, in der Form. Also lassen wir das jetzt mal so stehen, es tut dem Fall sau weh. Ja, es tut sau weh. Immerhin sind wir noch Vizerekordmeister, deswegen bin ich ja nie dafür, dass Dortmund Meister wird. Also sehe ich den Akki Watzke Schätze persönlich, will ich nie, dass Dortmund nochmal deutscher Meister wird, weil dann sind die ja genauso wie der Klub. Und das geht nicht, das wollen wir nicht. Das muss nicht sein, darum, es ist zwar eine sehr kleinteilige Argumentation, aber ein Fan wird es verstehen. Ich kann es verstehen, weil vor zwei Wochen war ein Wochenende, da hat AC Mailand gegen Inter Mailand gespielt. Und Inter Mailand ist in dem Derby gegen AC Mailand, bei AC Mailand, beim Auswärtsspiel, die spielen ja im gleichen Stadion, italienischer Meister geworden. Die sind zum zwanzigsten Mal Meister geworden, weil vorher waren beide mit neunzten Meistertiteln auf dem Rang zwei gemeinsam gestanden hinter Juventus Turin. Und es war natürlich für Inter Mailand nicht nur eine Meisterschaft und ein Sieg gegen AC Mailand, sondern eben auch in dem Fall das, was Sie jetzt sagen. Und deswegen verstehe ich das und kann das voll nachvollziehen. Also ich habe das Blöde empfunden, die haben ja damals auch zum Beispiel den Uli Hoeneß abgelehnt, dass der Manager beim Klub wird, die Fans, war ja auch überlegt. Uli Hoeneß hat ja ein paar Jahre gespielt dann, also die letzte halbe Jahr nach seiner Verletzung. Das haben sie auch abgelehnt gehabt. Und später haben sie Dieter Hoeneß abgelehnt gehabt. Also der Rot hat schon eine Idee gehabt, wenn man das alles überlegt. Nicht so. Und war das dann der Grund? Aber warum ist das in Deutschland? Ich habe immer so das Gefühl gehabt, da gab es immer auch so ein bisschen so ein Hintergrund, so Meinungsmache dagegen. Also ich habe so das Gefühl gehabt, in der hocherfolgreichen Zeit, und da gab es so die Phase, Lothar Matthäus, den wollen wir jetzt irgendwie. Also verstehen Sie, es war so ein Gefühl, in der Politik weiß ich, wie sowas geht. Er wird gemobbt so ungefähr. Ich habe so das Gefühl gehabt, da wurde ein wenig in der Szene gemobbt. Kann man das sagen? Ja, es gibt natürlich zwei, drei Punkte, nochmal auf den Klub zurückzukommen. Ich war mit dem Präsidenten Michael Aroth einig. Und es ist dann irgendwann rausgekommen und dann sind am nächsten Tag eben die Fans zum Pfalz-Nawaiher gekommen, wo das Trainingszentrum ist. Und da haben sich dann sozusagen mit Plakaten lautstark beschwert, dass so ein ehemaliger Bayern-Spieler nicht nach Nürnberg passt. Aber Franke, bei dem man es auch noch hört. Aber gut. Das ist so gewesen. Das war der FC Nürnberg. Und dann waren natürlich auch, und da haben wir ja vorher auch schon drüber geredet, so ein bisschen mein Privatleben hat vielleicht viele Leute gestört, die sich vielleicht auch die Meinung von ihrer besseren Hälfte eingeholt haben. Und das waren schon dann Dinge. Auch mein Kontakt zur Bild-Zeitung hat vielleicht den einen oder anderen nicht gepasst. Und deswegen hat es nie funktioniert. Obwohl, ich muss sagen, es waren trotzdem auch einige andere Angebote da aus der Bundesliga. Zum Beispiel an der Stadtgrenze von Nürnberg spielt ein anderer Zweitligist. Da war ich auch mal im Gespräch. Da waren wir eigentlich auch schon sehr weit. Ich war mit Hannover 96 schon sehr weit. Habe ich mit Martin Kind getroffen in Frankfurt. Da hatten sie eine schwere Saison. Waren sie aber noch in der ersten Liga. Also es war die eine oder andere Anfrage war schon da. Aber ich, trotz alledem, das vergisst man. Ich war im Fußball dabei und mir haben jede Trainerstation, die ich mitgemacht habe, habe ich unwahrscheinlich Spaß gehabt. Habe viel mit jungen Spielern zusammengearbeitet, weil ich habe eben nicht Real Madrid, Bayern München oder Chelsea gehabt, wo ich sagen konnte, ich will jetzt den Spieler für 20 Millionen oder 30 Millionen holen. Sondern ich habe Spieler ausgebildet, die dann später teilweise eine große Karriere gehabt haben, die sehr viel Geld verdient haben, die Nationalspieler geworden sind, die Spieler ihres Landes geworden sind. Und das macht mich im Nachhinein genauso stolz. Und ich weiß, dass ich auch, wenn ich in Rapid Wien vielleicht nicht Meister geworden bin, mit einem Verein, der kurz vor der Insolvenz gestanden hat, also das weiß man ja, was das dann in einem Wirtschaftsunternehmen betrifft, dass man keine Ausgaben haben kann, dass man nichts fordern kann, dass man mit Schwierigkeiten umgehen muss. Mit den Schwierigkeiten bin ich im ersten Jahr meiner Trainerkarriere umgegangen und sind mit einer ganz jungen Mannschaft, mit Nachwuchsspielern, mit Spielern aus der zweiten Mannschaft, sind wir die viertbeste Mannschaft gewesen in der Rückrunde in Österreich. Nur das wird ja nicht gesehen. Es wird ja nur gesehen, Lothar Matthäus, Weltklassespieler, bester Spieler der Welt. Also wenn der als Trainer kommt, da legt er die Hand aus und es läuft. So einfach geht es auch wieder nicht. Aber trotz alledem auch als Trainer, tolle Erfahrungen gemacht, auch da einige Titel geholt, auf die ich gar nicht so stolz bin, weil mit Red Bull Salzburg muss man Meister werden in Österreich. Und mit Bartisan Belgrad muss man zu 50 Prozent Meister werden in Serbien, weil da gibt es entweder Bartisan oder Roter Stern. Und alle anderen Vereine, war eine tolle Zeit. Ich war in Tel Aviv, ich war in Wien, ich habe es gerade gesagt, ich war ungarischer Nationaltrainer. Wir haben übrigens auch gegen Deutschland 2 zu 0 gewonnen, kurz vor der Europameisterschaft 2004 in einem Vorbereitungsspiel, wobei Deutschland nicht mit einer B-Mannschaft gespielt hat. Es waren schon so einzelne Tage und Momente dabei, wo ich sage, boah, da schaue ich auch gerne auf die Trainerkarriere zurück, weil es war immer, wie gesagt, sehr emotional. Und ich habe das Gefühl, wo ich hin zurückkomme, werde ich mit offenen Armen empfangen. Freut man sich, wenn man wiederkommt. Das freut man, ja. Und auch, wo nicht der sportliche Erfolg unbedingt Champions-League-Sieger oder Weltmeister war mit der ungarischen Nationalmannschaft, aber trotzdem die Leute wissen, was ich für das Land, für den Fußball vor Ort gemacht habe. Was mich dann danach gefreut hat, also ich habe das auch so verfolgt, habe mir gedacht, Mensch, irgendwie unfair. So aus der deutschen Sicht, ja. Aus der Sicht der, der dann kam, was ja früher, ganz früher gab es das ja nicht so, das Kommentatorenwesen. Und dann mit Sky, ja. Also ich bin ein eifriger Sky-Gucker und ich finde, die machen das im Fußball echt gut. Das muss ich einfach mal sagen. Ich gucke eigentlich, wenn ich ehrlich bin, vor allem Sky. Und dann Lothar Matthäus. Und was mich dabei, jetzt sage ich, persönlich gefreut hat, erst einmal wirklich starke Kommentare. Übrigens auch nicht Kommentare, wo man manchmal raushört, ob man jetzt seinen Verein mag oder nicht. Also zum FC Bayern schon auch kritisch. Es gibt da ein, zwei andere, da habe ich immer das Gefühl, die sind immer gegen den FC Bayern. Also ich muss dazu sagen, ich bin ein alter Klubberer, aber der FC Bayern ist einfach prägend für unser Land. Wenn es dem FC Bayern gut geht, dem deutschen Fußball gut, kann man sagen. Und da gibt es ja den einen oder anderen, der immer so bewusst stichelt und so wegen allem. Ich finde, sie machen das echt, wenn es jetzt einer hört oder sagen, das ist ja unkönig, ich finde es echt gut, das ist in der Sache, das ist tough. Da gibt es auch mal einen Streit, das ist okay. Aber dann sagt man, okay, das sehe ich jetzt mal anders oder aber keiner hat zurücksehend. Also ich finde, sie machen das gut und ich glaube, es macht ihnen auch richtig Spaß, oder? Es macht mir Spaß, weil ich live beim Fußball dabei bin. Ich habe 60 Live-Spiele im Jahr, nicht nur für Sky, sondern eben auch für RTL. RTL mehr die internationalen Spiele, wo ich das Glück habe, in den letzten Monaten auch Bayer Leverkusen in der Europa League zu begleiten, auch die Nationalmannschaft beim letzten Spiel gegen Holland. Und wenn die Ergebnisse stimmen, dann macht es mir viel mehr Spaß, mit einem Julian Nagelsmann oder mit einem Rollfest oder einem Würz ein Interview nach dem Spiel zu machen, weil ich sehe ja auch lieber die deutschen Mannschaften erfolgreich, wie wenn man sie kritisieren muss. Und jede Kritik tut mir ja weh, aber ich muss neutral bleiben und ich muss korrekt sein. Ich kann nicht ein schlechtes Spiel gut reden oder schlechte Ergebnisse oder ein schlechtes Miteinander oder ein schlecht organisiertes Team. Was ich halt sehe, das spreche ich an, würde ich sagen, in keiner komplizierten Redensweise, sondern ich versuche so rüberzubringen, dass es eigentlich auch der nicht ganz große Fußballfan versteht, was ich sagen möchte. Fußball, also ich persönlich glaube nicht, dass ich ein Doofi bin, aber wenn ich dann in manchen Talkrunden woanders, die war bei Katar war 16, also totale Debatten, da gab es totale Debatten, politisch aufgeladen. Oder dann, als die Mannschaft scheiterte, also ganz genau, dann sind doch die fünf, diese Taskforce ist da dann gekommen. Im Fernsehendebatte, ich glaube, bei ARD oder so, unmöglich, dass da keine Frau da weiß. Dann haben wir gedacht, also das kann ja jetzt ja das Argument sein, ich meine, absehend davon, dass es um Herrn Fußball gegangen ist und um erfahrenes Spieler, da wird aber dann so Dinge diskutiert, die der normale Fußballfan, bin ich übrigens fest überzeugt, sehr zurückhaltend beurteilt, ja. Der leidet übrigens trotz alledem, auch wenn ich den DFB verstehe, von der Kohle her, da sagt sie, Mensch, wieso ist das jetzt nicht mehr eine deutsche Firma und so weiter. Und ich arbeite noch an den Rosa Trikots, da arbeite ich noch dran, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber auch das ist das Wichtigste. Nur, ich finde es einfach sehr, sehr positiv, dass da Fußballer steht und das ist komplett entscheidend, der war da schon mal in der Situation. Also der war schon am Platz gestanden, der weiß, wie das ist, der weiß, wie man Elfmeter trifft, der weiß, wie man nicht trifft und deswegen, also ich schaue es mir immer gerne an und freue mich immer, wenn sie es kommentieren und ich glaube, so geht es vielen, einfach vielen, die sich darüber freuen und ich habe so das Gefühl, dass so Fußball-Deutschland sowieso, aber auch die deutschen Medien, da jetzt irgendwie gesagt haben, Mensch, Lothar Matthäus, so schlecht ist der gar nicht. Also man hat so das Gefühl, auch von der Medienlobby her, das ist jetzt wieder ankommen, das ist gut und jetzt erinnert man sich auch an die Erfolge und vor allem an die Leistung, die jetzt erbracht wird. Ja, freut mich auch, dass ich auch nicht nur von ihnen, sondern eben auch von vielen Fans da auf der Straße angesprochen wurde, die schauen sich natürlich auch Sky und RTL an und ja, es kommt mehr Lob rüber, okay, die werden nicht herkommen und sagen, auf was redest du denn da für ein Blödsinn und so weiter und so fort, da traut man sich vielleicht nicht, aber trotz alledem, man merkt es auch im Stadion, früher bist du als Bayern München-Spieler ausgepfiffen worden, jetzt wirst du von Leuten, die dich früher ausgepfiffen haben, wirst du irgendwie nach dem Spiel gefeiert, weil sie einfach glücklich sind, dass du bei diesen Top-Spielen, das ist ja immer dieses Spiel der Woche am Samstagabend, wo ich dann vor Ort bin, die feiern dich dann ab, wie wenn du ein Tor geschossen hast für ihren Verein und natürlich ist das dann schon irgendwo auch für mich dann eine große Zufriedenheit, eine große Genugtuung, eben nicht das, was ich früher häufig miterlebt habe, als Bayern München-Spieler, als Bayern-Sauge beschimpft zu werden, ja, oder Bayern-Schweine oder sonst irgendwas, sondern die sehen dich als Menschen, die sehen dich als korrekt Menschen, der im Endeffekt als Spieler das Beste gegeben hat, aber früher war das halt dann emotional aufgeladen, du bist mit dem roten Bayern-Trikot gekommen und Bayern München, dieser große Verein, dieser erfolgreiche Verein. Das war natürlich auch ein anderes Image, weil zu eurer Zeit war es schon so, da war ein sehr hohes Selbstbewusstsein des Vereins da, ein anderes als heute und es war natürlich der FC Hollywood, das muss man sagen, das ist die letzten zwölf Jahre anders gewesen und jetzt will ich zum Schluss noch zwei, weil das andere, jetzt hört man ja tausend, aber zwei so Fragen, die mich interessiert. Die eine ist, jetzt unabhängig davon, wie jetzt das alles weitergeht und so, was ist der Grund gewesen, warum das beim FC Bayern seit eineinhalb Jahren so schwierig ist? Ich für mich persönlich, muss dazu sagen, ich finde, der Tuchel ist schon bei allen Schwierigkeiten, ich habe damals gesagt, okay, wenn man wechselt, Tuchel ist auch zumindest ein starker Trainer, da gibt es was drauf. Warum hat das nicht, warum nicht gematcht? Schlagt das an diesen, tatsächlich in der Führung hin und her einen Wechsel? Ja, ich glaube schon und das weiß man in der Politik, das weiß man in der Wirtschaft, so ist es im Fußball auch, wenn da kein Miteinander ist, dann steht auch unterm Strich wenig Erfolg und natürlich kann man und Bayern hat ja auch diese Mentalität, mal zu streiten, mal unterschiedlicher Meinung zu sein, aber das hat man in Leverkusen und woanders auch, das haben ja auch die Bosse von Leverkusen gesagt, dass wir nicht immer einer Meinung sind, aber wenn wir die Tür aufmachen und rausgehen, dann vertreten wir eine Meinung, die wir dann beschlossen haben, hier am Tisch und das ist bei Bayern in den letzten Jahren ja nicht mehr der Fall gewesen, auch der Übergang von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge zu Hasan Salihamidzic und Kahn hat einfach nicht funktioniert und dann kam sehr viel Unruhe ein, der Oliver Kahn und Hasan haben dann auch die Mitarbeiter nicht mehr so mitgenommen, dieses Mir-San-Mir-Gefühl ist ein bisschen verloren gegangen und ich hoffe, dass es jetzt, gerade im jetzigen Moment, vielleicht durch den möglichen Gewinn einer Champions League so wieder einen Druck macht, dass man wieder den Trainer findet, der die Mannschaft vereint, der die Mitglieder mitnimmt, der die Mitarbeiter mitnimmt, der einfach wieder dieses Bayern-München-Gefühl, wie ich es kannte und wie ich es gerne wieder sehen möchte, ja, fördert und da hoffe ich, dass Bayern München da schnellstmöglich wieder hinkommt, dann haben wir auch mit der Mannschaft wieder mehr Spaß. Ja, also ich hoffe, das ist auch so, aber für Bayern ist gut, es war also NRW, eine Meisterschaft aus NRW kann man einmal ertragen, aber nicht oft, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe das auch so empfunden, es ging schon vorher los, wenn man einen Spieler hat ziehen lassen, fand ich so, wie z.B. Alaba eigentlich so sang- und klanglos ziehen lassen, der danach bei Real Madrid eine gute Saison nach der anderen spielt und dann, aber dann fragst du ja, manchmal, wenn du so Abwehr siehst, das sind alles Spieler, die sind eigentlich super, ja, also die machen dann immer viel besser, da gibt es einen speziell, der eigentlich sogar Nationalspieler ist Weltmeister, da denkst du ja jetzt mal, wenn der den Ball hat, oh, ob er jetzt keinen Field Pass oder sowas, und das versteht man dann manchmal nicht, weil das sind super Profis, tolle Spieler, ja, warum die dann genau in der Situation dann nicht mehr so funktionieren. Sind Fußballer wirklich sensibler, als man glaubt? Absolut, und vor allem brauchen sie die Sicherheit, und wenn ein Trainer zu dir steht, und das habe ja ich selbst auch bei Franz Beckenbauer mitbekommen, Franz hat mir so viel Selbstvertrauen gegeben. Auch wenn du mal mies spielst, ne? Ja, er hat dir die Chance wieder gegeben, er hat mit dir geredet, und es gibt halt, und das hat vielleicht der Thomas Duchl am Anfang nicht so gut gemacht, dass er sehr viele Spieler hinterfragt hat, ob sie gut genug sind für den FC Bayern, er hat viel durchgewechselt. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, so deine Mannschaft zu finden, jeder in seiner Position, auch mit Erklärungen, dass er sich zurechtfindet, und das habe ich ja vorher gesagt, auch 1990 gab es nicht nur Spieler, die gespielt haben und glücklich waren, sondern auch unzufrieden, aber noch wichtiger als Trainer ist es ja, mit den Spielern zu sprechen, die unzufrieden sind, was Franz Beckenbauer gemacht hat, was auch Ottmar Hitzfeld gemacht hat, und Thomas Duchl hat irgendwie alle so ein bisschen, ja, im Regen stehen lassen, und kein so genau gesagt, hey, auf dich zähl ich, du bist mein Abwehrchef, du bist mein Mittelfeldboss, du bist unverzichtbar. Keiner hat das Gefühl gehabt von den Spielern, was bin ich überhaupt für ein Bestandteil in dieser Mannschaft, wie wichtig bin ich für die Mannschaft, bin ich jetzt Ergänzungsspieler, bin ich Ersatzspieler, bin ich wichtig, bin ich sehr wichtig, bin ich Führungsspieler, und ich glaube, das ist Thomas Duchl jetzt in den letzten Wochen gelungen, was ihm, ja, ich würde sagen, fast ein Jahr nicht gelungen ist, weil einfach zu viele Diskussionen und Debatten um diese Hierarchie in der Mannschaft stattgefunden haben und natürlich auch von außen reingetragen worden sind. Ja, das hat man so das Gefühl gehabt. Hoffen wir, dass es besser wird. Letzte Prognose, Europameisterschaft. Deutschland gehört zum engeren Favoritenkreis. Ehrlich? Ja. Schauen wir mal unsere Mannschaft an. Jetzt, weil wir zwei Spiele gut gespielt haben? Nein, nicht, weil wir zwei Spiele gut gespielt haben, ich gehe nicht nach dem Ergebnis. Also ich hoffe es, ich hoffe es, ich finde auch nagelsmal so gut, ich hoffe es, ich war zwischenzeitlich ein bisschen irritiert, dass Havertz zum linken Verteidiger wurde. Da habe ich mir auch gedacht, das ist jetzt Andrea zu viel. Weil ich, also ich persönlich glaube immer, es gibt ja drei Arten von Trainern. Es gibt den Systemtrainer, die gibt es ja neu, diese Systemtrainer. Guardiola war einer, die können ein super System machen. Wenn sie ihr System übertreiben, verlieren sie die Mannschaft. Dann gibt es den Motivationstrainer, der die Spieler begeistert, ja, das ist ja super, der rennt da durchs Stadion. Das geht nicht ewig irgendwann einmal. Und dann gibt es so diesen, 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 diesen etwas väterlichen Trainer, Heikes Hitzfeld, vielleicht auch Franz Beckenbauer da, der Ancelotti, glaube ich, kann man so sagen, der gerade mit Superstars wichtig ist, der den Superstars das Gefühl gibt, so wie, Sie gesagt haben, mit Beckenbauer, du weißt schon, was du magst, ich lasse euch mal spielen so. Und diese Art von Trainern gibt es und die sind auch gut. Und jetzt hoffe ich halt, dass er bei der Nationalmannschaft, da muss sowieso nochmal, glaube ich, anders agieren. Du kannst gar nicht nur Spielzüge einüben. Da hoffe ich halt, dass das jetzt einen Schub gibt bei der Europameisterschaft. Aber so richtig, er lässt jetzt, so mein Gefühl, eine Stammformation hat er jetzt und das ist das Wichtigste. Eine Stammformation hat er, die Hierarchie, die ich vorher angesprochen habe, die ist da. Der Tone Groß ist der Chef, auch wenn er nicht die Kapitänsbünde hat. Das war ich übrigens auch, wie der Glinsmann die Kapitänsbünde gehabt hat. Ich war der Chef und nicht der Glinsmann, da war der Kapitän. Er durfte die Prämien aushandeln, aber die Mannschaft und der Trainer, die haben mir vielleicht ein bisschen mehr gefolgt. Von dieser Seite her, glaube ich, hat jetzt Julian Nagelsmann die richtige Mischung in der Mannschaft gefunden, eine richtige Hierarchie. Sind vielleicht Spieler nicht dabei, die man gerne als Fan sehen würde, aber das hat dann andere Gründe, dass eben auch Ruhe herrscht, fünf Wochen lang, keine unzufriedenen Spieler auf der Bank zu haben. Und wenn wir mal die Spieler durchgehen, Söder und... Er ist so jemand wie Goretzka zum Beispiel. Ja, zum Beispiel, ja. Ich würde Goretzka auf jeden Fall mitnehmen, aber ich kann es dann auch verstehen, weil nicht einmal Goretzka vielleicht derjenige, der das antreibt, sondern die Medien. Das könnte da ein Problem sein, aber sie kennen die Mannschaft, sie kennen die einzelnen Spieler. Wenn wir ganz schnell durchgehen, wir haben Weltklasse-Torhüter, wir haben Innenverteidiger von Real Madrid und von Leverkusen, die 46 Spiele ungeschlagen sind, nämlich da. Wir haben Kimmich, einen Weltklasse-Rechtsverteidiger. Links hinten haben wir vier Optionen, da muss er sich halt einen suchen. Das ist die einzige Problemposition, die ich eigentlich sehe. Dann haben wir im defensiven Mittelfeld Arbeiter wie in Andrich, wie den Groß, nicht den Toni Groß, der ist mehr nämlich der Spielmacher. Der Gündogan ist da, der Musiala ist da, der Müller ist da, ein Goretzka wäre da. Dann haben wir Geschwindigkeit über die Flügel. Fangen wir mal bei den Bayern-Spielern an, nämlich da hast du einen Sané, da hast du einen Knabry, da hast du dann noch einen Würz dazu. Dann hast du vorne den Havertz, den Musiala und den Vülgruch, der ja in Dortmund schon trifft, auch in wichtigen Spielen. Jetzt musst du doch nur die Mannschaft zusammenfügen und das Klima stärken. Und da glaube ich, jetzt, wo er auch noch diese ganzen neuen Spieler, die starken Spieler des VfB Stuttgart mitnimmt und so weiter, da glaube ich schon, dass es da eine tolle Atmosphäre ist. Die Spieler spielen bei Bayern, bei Barcelona, bei Real Madrid, bei Arsenal London, bei Leipzig, bei Leverkusen, bei Dortmund. Alles Champions-League-Mannschaften und die Spieler haben ja wichtige Positionen in ihrem Klub. Also, ein guter Trainer macht aus diesen Spielern eine sehr gute Mannschaft und mit der Unterstützung der Fans müssen wir einfach zu dem Favoritenkreis gehören und zwar zum ganz engen Favoritenkreis. Dann hoffe ich es, vor allem, wenn wir gegen England spielen, das sollten wir gewinnen. Das ist immer das Wichtigste, finde ich, dass man da gewinnt. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Das hat mich sehr gefreut. Normalerweise machen wir maximal 40 Minuten, aber das liegt jetzt an dem tollen Gespräch und es freut mich sehr und ich hoffe, allen, die zuhören, hat es auch gefallen. Alles Gute, viel, viel Erfolg und Glück, Lothar Matthäus. Danke, Herr Ministerpräsident. Danke. Das war Auf eine weiß-blaue Tasse, der Podcast der Bayerischen Staatsregierung.